So, und jetzt haben wir die Sophie da. Sophie, leg los, was machst du? Wer bist du? Hallo, mein Name ist Sophie und ich komme aus Kissing. In meinem Kurs geht es um die Nachhilfe im Wirtschaftsbereich. Besonders habe ich einen Kurs, da geht es um die Abschlussprüfung für die Realschule im Bereich BWR. Und ihr seht mich am Samstag um 15.30 Uhr. 15.30 Uhr, Weiterbildung, BWL. BWR. BWR. Erzähl mal, was ist denn der Unterschied zwischen BWL und BWR? Betriebswirtschaftslehre ist BWL, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen ist BWR. Deswegen bin ich bei den Medien. Da schauen wir hin. Danke dir, Sophie. Bis bald. Danke. Tschüss. Der Tag der offenen Onlinetür bei der VHS. Unter www.vhs-eichach-friedberg.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017